Hey Leute, kleiner Ausblick in die kommende Woche, sozusagen in wenigen Stunden startet die ja und falls ihr es nicht mitbekommen habt, wir bekommen einen harten Flashback in die Season 6, in die Urzeit Season und zwar haben wir da einige Aufgaben mit dem Bogen, denn die Bögen als solches kommen aus dem Tresor und wir müssen damit Aufgaben erledigen. Also Triff-IO-Personal mit einem Flammenbogen und so weiter und so fort, ich blende euch auch gleich nochmal alle ein, das sollte nur ein kleiner Reminder für euch sein, ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag, ein schönes Restwochenende und wie gesagt, ab nächste Woche der Bogen wieder am Start auf der neuen Insel, ich bin gespannt, was es da wieder für coole Sachen gibt, denn der Bogen hat ja schon Spaß gemacht, gerade diese Schockwellengeschichte, also da stelle ich mir schon richtig coole Sachen vor, mal gucken. Also, das für euch jetzt kleine Info, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Bogen, wenn die Aufgaben am Start sind, die Lösungen lade ich natürlich auch hier dann wieder detailliert auf dem Kanal hoch. Also, ich wünsche euch viel Spaß, macht's gut, bis dann, ciao, ciao.